Was geht, Leute? Mein Name ist Danny, ich bin Tim und willkommen zurück zu einem neuen Video des Spielbüro-Blogs und wir sind zurück zu einer neuen Folge und heute machen wir weiter mit unserem Lieblings-Simulator und zwar dem Magneten-Simulator und ja, ich weiß, viele Fragen nach dem Knochen-Blessy-Simulator, aber könnt ihr mal chillen? Chill mal ein bisschen, buddy. Ich werde es als nächstes Video hochladen, dem Knochen-Blessy-Simulator. Ich weiß, ihr wollt ihn sehen und ich will ihn auch sehen, aber ja, ich wollte unbedingt hier die letzten Magneten bekommen, weil wir, wir können jetzt so auf Reboerfen, Leute, es ist ein Traum und ich muss einfach weiterspielen, es geht nicht anders, okay? Aber, wir nehmen erstmal, warte mal, der ist Shiny, ne? Equip, Shiny Equip, Super Bear Equip, wir equippen einfach alle, Leute, und wen equippen wir noch? Wir können einfach mal, naja, den haben wir schon, hab ich irgendein, hab ich jetzt, wow, wie oft hab ich den? Achso, ich hab die ja so oft, ne? Oh, wow, der gibt ja vor allem eine Menge, das ist nicht mehr normal, Leute, der gibt richtig viel. Okay, dann lass mal sehen, ich weiß nicht genau, wie wir nehmen sollen, wie können wir noch einen nehmen? Einen können wir noch nehmen? Der ist nicht so gut, ne? Der ist nicht so gut. Wir nehmen einfach mal den hier, würde ich sagen. Nein, ich möchte nicht traden, aber falls du es nicht getan hast, solltest du unkostnungsabonnieren, um keine Videos zu verpassen, und falls du es getan hast, kriegst du die kleine Glocke da unten, dann wirst du aber nachreden, weil ich dich hochlade. Und glaubt mir, Leute, ich sehe immer, ah ja, wir wollten die Autorei holen, ne? Genau, genau, genau. Kann ich mir welche holen? Äh, nein, leider nicht, okay. Ähm, aber, oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Wir können aber gucken, wie teuer der nächste Dings da ist, der nächste Magnet. Aber, übrigens, Leute, ich sehe, ich sehe immer die Glockengang. Immer. Als allererstes in den Kommentaren, sie sind halt immer da, weil das Video wird hochgeladen. Als erstes werden Nachrichtigungen an die Handys verschickt, und dann werden die Videos in der Abo-Box angezeigt. Okay, nicht immer, aber meistens. Meistens auf jeden Fall. Deswegen sehen die Glockengang halt immer zuerst die Videos, logischerweise, und die schreiben dann zuerst in die Kommentare. Okay, aber 450 Millionen, 85 Millionen, 54 Millionen. Klingt zwar jetzt viel. Am Anfang dachte ich auch, nee, 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 ist unmöglich, das zuzubekommen, aber es ist möglich. Vor allem, Leute, hier, wir können jetzt zur besten Gegend, das ist die beste Gegend hier im Spiel. Eine bessere Gegend gibt's nicht. Hier können wir einfach mal ein paar Billionen Coins einsammeln. Das, was wir den ganzen Tag tun. Und, äh, ja, wird auf jeden Fall eine Menge Spaß, Leute. Naja, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, genau, werden wir beim nächsten Mal den Knochenbläschen-Simulator machen. Ich muss mal reinkommen, Leute. Immer wenn ich das Spiel starte, bin ich komplett durcheinander. Ich muss mal warm werden mit dem Ganzen. Ich muss jetzt mal warm werden mit Roblox, okay? Das dauert ein paar Jahre. Aber, danach werden wir, ähm, ja, den Knochenbläschen-Simulator spielen, der, ihr wolltet den alle wiedersehen. Aber, das Spiel ist wortwörtlich das Beste in Roblox, okay? Die, ich, ich, ich will, ich gucke dir einfach den ganzen Tag rum und dann einfach diese Coins einsammeln. Mehr will ich gar nicht tun. Hier, ich hab schon 11 Billionen. Wir bekommen für eine Coin 12 Millionen für eine Coin. Am Anfang haben wir für eine Coin 17 bekommen. Also nur so, nur mal so, damit du Bescheid weißt. 17. 17, das war gar nichts. Und jetzt bekommen wir einfach mal so viel, ne? Aber warte mal, warte mal, warte mal. Nein. Ich lauf hier trotzdem weiter rum. Ich will aber was gucken, okay? Also, es gibt mal eine Multiplayer und Coinboost. Coinboost ist, wie viel Coins ich bekomme, richtig? Oder wie ist es aus? Ja, 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 doch, doch, wie Coins ich bekomme. Also, Coinboost ist ja richtig geil, oder nicht? Warte mal, ich bekomme jetzt... Okay, ich packe mal, einfach mal den... Kann ich denn einen equippen? Ah, den haben wir gar nicht, okay. Wen haben wir denn? Einen Equip habe ich auch nicht, okay. Wir haben den hier, einen Equip. Und jetzt equippen wir mal den hier, einen Equip. Weil der hat mehr Coinboost. Das ist quasi das Ding. Da er mehr Coinboost hat, sollten wir ja mehr Coins bekommen dann, oder? Ja, jetzt bekommen wir mehr Coins. Aber, das ist ja nicht alles, was zählt, okay? Das Ding ist quasi beim Verkauf... Ich weiß nicht, was wichtiger ist. Ist Coinboost wichtiger, oder? Ach, ich weiß nicht, Leute. Ich meine, ich kann einfach nur spielen, okay? Ah, ja, genau. Und wir können gucken, ob wir unsere Freunde zu... Nee, wir können sie doch nicht shiny machen. Das ist sehr schade. Wir haben ein paar shiny Tierchen. Das steht fest, Leute. Aber, naja, wir haben mal. Wir können leider erst die erste shiny machen, wenn wir 10 vor einem haben. Wir haben jetzt 20. Oh, mein Gott. Kannst du bitte weiterrennen? Das hasse ich, wenn er irgendwo gegenrennen muss. So mega nervig, Leute. Das kann ich euch erzählen. Bro, let's go. Schaut euch das mal an, was hier da abgeht. Gott. Wenn ihr euch euren Freund zeigen würdet. Wenn ihr euch deiner Mutter zeigen würdet. Die würde gar nichts verstehen. Okay, würde ich meiner Mutter zeigen. Hey. Hier, schaut ihr das mal an, was ich hier habe. Unglaublich, oder? Sie würde sich denken, mhm, mhm. Auf jeden Fall, ja. Du hast eine Macke. Du hast einen Schaden. Wie alt bist du nochmal? Bist du 23? Ah, nee, ich bin 24, by the way. Du spielst Roblox? Was für ein Baby bist du bitte? Würde ich sagen, na und? Ich bin halt ein Baby. Lass mich in Ruhe. Okay? Das ist richtig. Es gibt mir hier genug Erwachsene, die das Spiel spielen. Ich werde das Spiel mit 30 spielen. Ich werde das Spiel spielen, wenn ich 80 bin und ich so im Sterbebett bin und dann denke ich mir so, lass mich doch die letzten Coins einsammeln. Yes! Oh mein Gott, das wird episch. Wow, ich bin jetzt 30 Billionen. Wollen wir aber erstmal Eier holen oder wollen wir, ja, was wollen wir überhaupt tun? Das ist eine gute Frage, ne? Hm. Wir wollten den besten Magneten holen, ne? Genau. Besten Magneten holen, okay. Na gut, dann würde ich sagen, Leute, wenn wir das tun, wir werden die besten Magneten holen. Das ist eine gute Idee, würde ich sagen, ne? 30 Billionen sollte erstmal reichen. Lass mal zurückgehen. Badaboom! Yeah! Badaboom! Nice, okay. Sehr gut. Und dann dahin. 10,4 P. Keine Ahnung, was das für ein Buchstabe ist, aber wahrscheinlich sowas wie Bill, Bill, Millie, oh, unendlich. Wir haben unendlich. Ah ja, wir müssen ja reberfen, stimmt. Wir müssen ja reberfen. Aber warte mal, was ist, wenn ich so einmal reberfe? Pass auf, Leute, pass auf. Wenn ich einmal reberfe, bekommen wir, bekommen wir da mehr? Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ah. TB. Okay. Bekomme ich dann allgemein mehr? Ah, wir haben 400 Millionen, ne? Reicht das für den nächsten? Lass mal sehen, Leute. 450. Oh, noch ein bisschen. Okay, dann können wir den holen. Das wird auf jeden Fall mega episch, Leute. Also, let's go. Gehen wir hier rein. Wunderschön, Leute. Wunderschön. Übrigens, ich habe wieder vergessen, nach Likes zu betteln, ne? Ich sollte aufhören, nach Likes zu betteln, Leute. Ich bin kein guter YouTuber, so. Ich weiß gar nicht, was ich auf der Plattform suche. Ganz ehrlich, jedes Mal, ich vergesse hier einfach nach den geilen Likes zu betteln. Like das Video, wenn du mehr Roblox sehen willst. Dann halte ich so schnell wie möglich das nächste Video hoch. Und wenn ihr Vorschläge habt für das nächste Let's Play, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich will mal wieder ein Let's Play machen, aber ich weiß nicht, von was. Das ist das Ding. Ich weiß leider nicht, von was. Ich meine, es gibt einige Auswahlen, auf jeden Fall. Ja, es gibt echt einige. Ich habe wieder Bock auf ein Point-and-Click-Spiel. Kommt schon. Gibt es nicht so geile Point-and-Click-Spiele, sowas wie Fran Bow oder so? Das wäre doch mega episch, oder nicht? Das wäre mega geil, Nomatico, Leute. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich kann mich an so ein... Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich habe damals mal so ein Point-and-Click-Spiel gespielt. So ein bisschen irgendwas mit Mords. Oh, ja, das ist geil, Leute. Ich liebe Mordspiele. Sowas, wo wir herausfinden müssen, wer der Mörder ist. Na los, sammeln mehr auf, Bro. Warte mal, aber ist der... Ich überlege, ob ich den nicht mit mehr Coin-Boost sammeln sollte. Hier, Coin-Boost. Ah, okay, Coin-Boost 2750, ne? Genau. Und der hat 1500, aber der hat mehr Money-Multiplier. Das ist das Ding, Leute. Mehr Money-Multiplier. Der hat nur 18 Money-Multiplier. Der hat 41 Money-Multiplier, Bruder. 41. Am besten natürlich, wenn wir... Erstmal, wenn wir die Coins einsammeln, nur ein Tierchen nehmen, die einen guten Coin-Boost haben. Und wenn wir dann damit fertig sind... ...mit den Coins einsammeln. Wechseln wir jetzt so ein Tierchen mit dem Money-Multiplier. Und, äh... Aber da, das ist... Ich bin zu faul für sowas. Ihr versteht schon, was ich meine, oder? Lass mal jetzt den neuen Dingser holen. Den neuen Dingser-Boomster. Bam. Geht zurück. Sehr schön. Und, äh, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Den neuen Magneten. Kannst du bitte wieder aufstehen, du Loser. Hier, TB. Ich weiß halt nicht, was mehr ist. Ist T mehr oder ist B mehr oder... Wahrscheinlich ist das hier mehr. Weil dadurch bekommen wir nur ein Rebirth. Aber wir bekommen mehr Kohle. Mehr geiles Money, Leute. 613. Oh, mein Gott. 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 Seppisch, Leute. Bald kommt aber... Diesen Monat kommt das neue Resident Evil raus. Das würde mir einfach richtig geil sein. Aber ich muss mir überlegen, ob ich das hier mache oder da. Das hat 100,500. Oh, das hat mehr. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wow. 3 Millionen. Ne, da bekommen wir 3 Millionen. Wie viel? Ne, 1,7 Millionen. Oh, mein Gott. Das ist nicht mehr normal, Leute. Das ist ja nicht mehr witzig, was hier geschieht. Das ist einfach nicht mehr witzig, Leute. Schauen Sie es mal an. Bro. Also 1,7. Okay, wir müssen mehr Tierchen holen. Auf jeden Fall. Also wir haben immer noch nicht den besten Magneten, leider. Aber wir können auf jeden Fall demnächst mehr Tierchen holen. Auf jeden Fall, das wird sehr wichtig sein, Leute. Tierchen werden unnormal wichtig sein. Wir wollen mehr Tierchen zu Gold machen. Aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Leute. Ich bin nicht ganz zufrieden. Habe ich überhaupt alle Tierchen? Ja, habe ich. Okay. Hm. Tja. Wir bekommen auf jeden Fall mehr. 1,7 bekommen wir manchmal, oder? Bekommen wir manchmal. Ja, 1,7 bekommen wir manchmal. Bei den hellblauen. Sehr interessant, Leute. Das ist zwar geil, aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Das ist quasi das Ding. Noch ganz zufrieden bin ich leider nicht. Erst 9 Billionen. Ja, wir werden gleich eine Menge Eier holen. So richtig viel, Leute. Wird einfach richtig geil. Und dann werden wir mal gucken, wen wir zu Gold machen können. Oder zu... Ja, ihr wisst schon. Wird der Wahnsinn sein. Wird der absolute Wahnsinn sein. Komm schon, Buddy. Ich meine, ich kann mir vorstellen, die bringen bald wieder das nächste Update... Au! Au! Steht wieder auf, Bro. Die bringen bestimmt bald wieder das nächste Update raus. Das steht fest, Freunde. Wird einfach mega geil. Weil, ganz ehrlich, so die Updates... Die updaten das Spiel ziemlich oft. Ich meine, damn. So, ich bin schon dankbar dafür, dass sie es so geupdatet haben, dass wir nicht mal ein Million mal rebirthen müssen. Hätte mich Ewigkeiten gekostet. Aber, ja. Immerhin haben sie es gemacht, okay? Immerhin haben sie es gemacht. Das ist sehr geil. Komm schon, Baby. Soll ich wieder 30 Bill... Äh... Ist das 30 Billionen? Das sind 30 Billionen, ne? Gott, was für Zahlen. Was würdest du mal 130 Billionen Euro auf deinem Konto? Was würdest du dir zuerst holen? Ganz ehrlich, ich war einer der langweiligen Leute. Ich würde mir gar nichts holen. Manche Leute, ich weiß... Ich würde mir... Ich kann mir echt nichts holen, Leute. Ich habe schon alles. Das ist echt eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil... Beziehungsweise ich kann sie nicht schon beantworten. Ich würde mir nichts holen. Ein paar Leute würden sagen, okay, er lügt. Aber nein, ich meine es ernst, okay? Ich würde die Wahrheit erzählen. Mir ist es egal, okay? Ich würde auf jeden Fall die Wahrheit erzählen. Ich habe wortwörtlich alles. Zumindest, was man sich mit Geld holen kann. Oder? Doch, ich habe alles. Ich habe das beste Handy. Ich habe einen guten PC. Ja, vielleicht würde ich mir noch ein besseres PC holen. Aber das könnte ich auch jetzt, also... Oh, man. Ein PC ist ja jetzt keine Billionen wert. Das ist ja wohl das Ding. Okay. Hör auf mich so anzuschauen, das ist die Wahrheit, okay? Du denkst dir wahrscheinlich... Ja, 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 ich glaube, ich glaube. Du weißt aber schon, dass wir dir nicht glauben, oder? Warte mal, warte, einen Moment. By the way, du solltest mir aber glauben. Ähm, Rebirth Level. Okay, wir haben eine Menge Rebirth Level. Das ist geil. Ich glaube, ich sollte noch öfter Rebirthen, ne? Ich werde jetzt mal eine Menge Eier holen, Leute. So. Oh, mein Gott. 30 Billionen wieder. Let's go. Und zurück. Und hierhin. Nice. Jetzt geht es hierhin. Nicht runterfallen. Nein, nicht überall gegenlaufen. Nice. Sehr schön. Jetzt holen wir... Das hier. Genau. Okay, jetzt holen wir richtig viel davon. Let's go, let's go, let's go. Wow. Oh, mein Gott. Das ist kein Scherz. Ich klicke die ganze Zeit drauf, Leute. Ihr könnt links sehen, wie oft ich draufklicke. Jedes Mal, wenn ihr seht, wenn die Zahl untergeht, dann klicke ich drauf. Tja, wer hätte gedacht, dass wir uns jemals so oft dieses Ei holen können? Ich hätte damals 1.500 Robux ausgeben. Aber es hat sich gelohnt. Dadurch ging es ja viel schneller. Das ist ja das Geile. Na, lass mal sehen, Leute. Oh, mein Gott. Craft Shiny, Superbier. What? Badbier? Okay. Ich seh dich. Ich seh dich. Kannst du bitte... Äh, Sweet. Ach so, ich muss da aufklicken. Okay, nochmal. Nice. Jetzt machen wir den Flashybier. Nicht schlecht. New Shiny. Yay. Shiny. Nochmal Shiny. Let's go. Craft Shiny. Wir haben so viele Shinies. Ist ja nicht mehr normal. Nochmal Shiny Stormbier. Ach du Kacke, Leute. Boah, wie oft können wir den bitte Shiny machen? Heilige Kacke. Ist das ein Scherz? Wir können jetzt alle Shinies mitnehmen. Das steht fest, ey. Es gibt keinen Grund für mich, irgendwas anderes mitzunehmen. Hier. Unequip. Unequip. Kann ich bitte alle unequipen? Ich werde jetzt alle Shinies mitnehmen. Okay, passt auf, Leute. Ich habe immer noch eine equipped. Immer noch eine equipped. Habe ich den? Ja, okay. Den kann ich aber drin lassen, ne? Okay, warte mal. Shiny Bia. Wir nehmen den hier. Wir nehmen den hier. Shiny Captain. Nice. Wir nehmen den hier. Und? Ah, warte mal. Shiny. Ah, den haben wir schon, ne? Dann nehmen wir den hier. Obwohl wir... Ah, der hat Money Multiplier, ne? Der ist aber besser. Ah, der hat Speed Boost. Speed Boost. Ja gut, aber Speed Boost ist jetzt nicht... Wir haben Flash dafür. Das ist halt das Ding, ne? Wir haben halt Flash dafür. Shiny Bad Bia wird zweimal. Ach, du Kacke. Na gut, ich wollte sagen, wir machen es nochmal, oder? Wir gehen nochmal rein. Wie teuer ist denn überhaupt der Nächste? Dann lass mal sehen. Bam, 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 bam. Sechs Billionen. Das ist der Letzte. Hm, sechs Billionen. Oh, wow. Was ist das bitte für Zahl? Sechs Billionen? Das ist eine Menge. Habe ich das gespuckt? Ich glaube, ja, Leute. Ich glaube, da kam ein bisschen Spuck aus meinem Mund. Episch, Leute. Ich weiß. Hey, für mehr Spuck. Nice. Hä, so viel gibt es gar nicht mehr. Verrasche. Ich brauche mehr Coin Boost, Leute. Mehr Coin Boost, Tierchen. Wer gibt mir Coin Boost? Du gibst ja keinen Coin Boost. Du bist schlecht. Oh, der, der gibt mir Coin Boost. Der Menge Coin Boost. Aber nicht genug. Hm. Der gibt mir auch nicht so viel Coin Boost, aber ich brauche mehr Money Multiplier. Das ist echt merkwürdig, Leute. So viel bekommen wir gar nicht. Obwohl wir sie scheine gemacht haben. Kann man noch was anderes machen? Index. Wow. Ach so. Was ist das hier überhaupt? Cyclops? Ach so, das ist von denen. Ja, ja, verstehe ich schon. Das ist von den anderen. Von den Meme-Eiern. Aber die sind nicht so gut. Die sehen aber ziemlich cool aus. Aber das ist das Ding, Leute. Und zwar, jetzt geht es nicht mal so viel schneller. Wir werden auf das nächste Update warten müssen. Wir werden jetzt auf das nächste Update warten, bis eine neue Gegend rauskommt, wo wir mehr Coins bekommen. Dann können wir bestimmt, ja, uns das leisten. Bis jetzt aber können wir nur Reburfen. So 1000 Mal Reburfen oder so. Aber das wird auch ziemlich lange dauern auf jeden Fall. Ja, ja, das wird echt lange dauern. Naja, gut. Ich denke, ich werde mich aber erstmal damit zufrieden geben für diese Folge. Lass mal sehen. Ich gehe jetzt mal kurz zurück. Gucke nochmal, ob ich kurz 100 Mal Reburfen kann. Bam. Nein, nein, nicht wieder zurück. Nicht wieder zurück. Geh da hin. Bada boom. Uh, nicht schlecht. Und jetzt, pass auf, Leute. Boom. Nice. Und wie viel bekomme ich? Wow. Ja, gut. Ist echt krasse, ey. Keine Ahnung, was ich hier tue in meinem Leben gerade, ey. Ohne Scheiß. Kann ich da rein? Ne, kann ich nicht. Okay, keine Ahnung, wieso. Aber, Leute, ich würde sagen, ich werde die Folge erstmal stehen lassen. Wisst ihr noch, was wir immer hier reingegangen sind? Die alten Zeiten, die guten alten Zeiten. Nur 300.000, das ist gar nichts. So, bei der neuen Gegend bekomme ich viel, viel mehr. Viel besser. Naja, gut, wir haben wir, Leute. Ich werde die Folge erstmal stehen lassen. Für mehr davon, lass es einfach oben da. Unten solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen in der Zukunft. Falls du es getan hast, dann bitte die kleine Glocke da unten. Dann wirst du aber nachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. In der Beschreibung für mich zu meinem neuen Kanal, meinen Instagram und meinen Merch. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye. Danke für das für eine Schau des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also, klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und weil du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und wenn du schon abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für das für eine Schau und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.